Wir bauen hier einen neuen Mountainbike-Trail. Es wird ein Enduro-Mountainbike-Trail, der die wunderschönen Gegebenheiten des bestehenden Terrain optimal ausnutzt wird. Wir starten kurz unterhalb der Bergstation Nurgens. Das Spezielle am Bau des Trails ist, dass wir ausschliesslich mit elektrisch betrieblichen Maschinen bauen. Das heisst, dass wir ab dem Ground Zero und dem Morsetsch nur noch elektrisch unterwegs sind. Das heisst, alle Personentransportfahrzeuge, die hochgefahren sind elektrisch angetrieben. Sämtliche Backer, Dämpfer, Fibroplatten, die wir haben, alles ist elektrisch betrieben. Und wird hier mit dem Strom, den wir direkt von der Pistenbeschneiung zur Verfügung haben, aus erneuerbaren Energien produziert ist und direkt so aufgeladen werden kann. Wir geben uns zum nächsten Mal. Wir sind wieder mit dem Strom. Wir geben uns zum nächsten Mal. Wir sein doch weiter. Das ist der Funktion. Wir machen uns zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020